Kannst du mir vielleicht mal sagen, was mit dir passiert ist? Warum weißt du, warum siehst du so fertig aus? Was ist denn los? Ich kann dir nur helfen, wenn du sprichst, Zierlin. Was ist denn los? Da war so ein Typ, der hat mich begrapscht und... Bitte was? Was? Willst du mich verarschen? Alter, ich dachte, du wärst bei diesem Jan gewesen. Wo warst du denn? War ich auch. Der hat uns eine Party gefeiert und es waren Kollegen von ihm. Das hat ihn einfach nicht gejuckt. Ey, was ist das bitte für ein Scheißwichser? Okay, weißt du was wir machen? Wir werden direkt die Polizei einschalten. Weil sowas geht einfach mal gar nicht. Wer hat ihm den Kopf geschissen? Nein. Kein Polizei, bitte. Der wird das doch nur so darstellen, als würde ich seine Kohle haben wollen. Okay, das kann ich komplett verstehen, aber dann regeln wir das anders. Wir regeln das auf meine Weise, okay, wir schalten die Polizei nicht ein, aber wir trotzdem bereuen, dass er durch nur eine einzige fucking Sekunde falsch angeguckt hat. Aber kein Problem, aber kein Problem, denn ich kann das regeln ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Okay, danke für die Info. Fuck! Bastard! Was ist los mit dir, Mann? Pack das Zeug weg, Bruder! Momentan! Ich hab gesagt, pack das Zeug weg jetzt! Mach ich was los! Bruder, gib mir dein Handy! Bruder, ich geb dir mein Handy! Wollt ihr Affen? Wollt ihr jetzt hin? Ich will, dass ihr beide dem alles spricht, was der hat. Alles, jeden einzelnen Knochen. Und wo willst du den finden? Der volle Idiot postet jeden Tag seine Joggingroute. Ich weiß ganz genau, wo das ich gerade aufhält in diesem Moment. Ja komm, lass mich schnappen! Sofort, Bruder, jetzt weiß ich doch Sport ist Mord, Bruder! Wir wissen, wer der Babo ist. Haft ihr Abi, ist da der Mbappo und Ferrari sitzt Saudi-Ama wie Money Rich. Wissen, wer der Babo ist. Wollt ihr, Freunde? Wie geht's, ne? Was wollt ihr Affen? Wie, was wollen wir? Pumpst du auch gerne Minderjährige? Und lässt doch deine Kollegen drüber rutschen. Was gehst du denn für eine Scheiße, Mann? Wie, was für eine Scheiße? Hey, was ist mit euch? Komm mal mit! Was wollt ihr? Komm mal mit! Ah, du Fickst doch! Fickst nicht auf, wenn du kleine Fickst, ach? Gut, keine segreg cadence. Er kommt vielleicht fast Hopefully. Juampa oder die Erequere genre?